Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf meinen Hometrails unterwegs und wollen einfach mal eine gemütliche Runde drehen. Hey Daniel, du hier! Alter, hast du das aus dem deutschen Fahrradmuseum, das Rad? Das ist ja Uröl! Ja, ja, das geht. So alt ist jetzt auch wieder nicht. Das tut ja noch, was es soll. Was ist denn das für ein Scheiß? Hier, neues Levo SL, Leute. Ja, wir fahren nämlich heute keine ganz normale Hometrail-Runde, sondern wir testen heute mal das neue Levo SL gegen das alte Levo SL. Uralte Levo SL. Da haben ja einige auch im Video, wie wir das Obea getestet haben, moniert, dass wir nicht das neue SL hatten. Direkt bevor wir es vergessen, fettes, fettes Danke an Emotion E-Bike Welt Halver. Der Björn, der hat uns dieses Fahrrad hier zur Verfügung gestellt. Danke. Ja, das macht diesen Test überhaupt möglich. Genau. Wir hatten nämlich ja gar nicht die Möglichkeit, so ein neues Fahrrad zu testen, als das gerade rauskam. Aber jetzt haben wir es. Vielen Dank dafür. Wir werden das Ganze mal auf den Trails testen. Wenn wir es zeitlich schaffen, sogar noch mit der Hopperrampe ein bisschen. Und dann natürlich euch ein Feedback geben. Hey, lohnt sich das? Und vor allen Dingen, was ist wirklich alles, ist neu gleich alles besser? Und da gibt es noch Sachen, wo man einfach sagt, das ist eigentlich bei dem alten geiler gewesen. So, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir schmeißen mal einen kleinen Bikeporn ein und dann sprechen wir kurz mal über die Neuheiten am Bike. Was gibt es überhaupt für Änderungen beim neuen Levo SL gegenüber dem alten Levo SL? Wer natürlich alles ganz genau wissen will, geht einfach auf die Seite vom Hersteller und guckt sich das da an. Hier Specialized. Da kann man das genau sehen. Aber wir wollen euch die wichtigsten Sachen mal kurz sagen. Was ist anders? So, erstmal eine Sache, die zum Glück geblieben ist. Keine Zugführung durch den Steuersatz, sondern die Zugführungen sind weiterhin an der Seite. Allerdings nicht mehr ganz so schön wie vorher mit so Schiebeklötzen im Carbon integriert, sondern einfach nur noch mit so Plastiköffnungen. Allerdings innen drin tatsächlich Gummi geführt, dass die Leitung nicht klappert etc. Das ist gleich geblieben. So, jetzt zu den größten Unterschieden. Hier ist keine Strebe mehr. Die einen sagen, hört sich jetzt aus wie alle anderen Fahrräder. Die anderen sagen, endlich ist die scheiß Strebe weg. Also das muss jeder für sich selbst wissen. Ich denke der Rahmen ist auch ohne die Strebe stabil genug. Was auf alle Fälle auch noch krass anders ist, wo sich Specialized ein bisschen die Kritik der Endverbraucher zu Herzen genommen hat. Wir haben eine XD-Nabe, einen XD-Freilauf und eine komplette GX-Gruppe. Weil es ist das COMB-Modell, das günstigste Modell. Und komplett GX, also wirklich alles Kassette, Schaltwerk, Schalthebel, alles jetzt GX, nicht mehr NX. Dann ein Unterschied, der auch immens ist. Es hat 10 mm mehr Federweg bekommen vorne und hat auch jetzt statt einer 34er, die vorher drin war, eine 36er Gabel. Und statt einem RP23 Dämpfer ohne Piggyback jetzt ein Float X mit Piggyback. So, ein großer technischer Unterschied, was es vorher auch nicht gab, ist, dass hinten jetzt ein Flipchip drin ist, ähnlich wie beim Kinevo SL. Und da kann man jetzt 29 Zoll fahren und 27,5. Das Modell, was wir heute testen, ist tatsächlich ein Mullet-Aufbau mit hinten 27,5. Umlenkung etc., immer noch die gleiche Bike-Jog-Befestigung des Dämpfers. Das ist alles so ein bisschen geblieben. So vom Rohraufbau bis hierhin, könnte man fast meinen, es ist ein Kinevo SL. Natürlich die Dämpferanlenkung klassisch vom Stumpjumper oder vom alten Lewo übernommen. Das sind die Sachen, die wirklich krass anders sind. Und noch was, was Specialized auch zum Glück jetzt anders macht. Es ist bereits serienmäßig ein 35er Lenker drin und kein 31 8er Lenker mehr. Reifen natürlich auch Specialized, wenn man eigene Reifen produziert, sollte das so sein. Das nächste Highlight, ähnlich auch wie beim Kinevo SL, ist, es ist das neue Display drin. Es ist keine SRAM Guide Bremse mehr dran, sondern eine SRAM Code Bremse. Da werden natürlich jetzt viele aufschreien und sagen, ist ja immer noch eine SRAM Bremse dran. Ja, leider ja, könnte man jetzt sagen. Oder halt, wer das mag, dass die so gut dosierbar ist. Nennen wir das mal so, dass die so schwach bremst. Aber definitiv ist eine Code schon eine Steigerung zur Guide Bremse, die, glaube ich, ordentlich ist. Also das hat Specialized auch gut gelöst. Das Rad steht, wenn ich jetzt richtig informiert bin, so im Laden für 7,9. Ist also ein bisschen teurer geworden wie das alte Lewo. Aber was ist nicht teurer geworden, Leute? Dafür ist es auch wirklich besser ausgestattet als das alte Komp. Farben gibt es wohl drei Stück. Orange, blau und dieses braun mit... Ist das jetzt Ocker hier? Das ist der Specialized Schriftzug. Ich weiß es nicht. Ich finde die Farbe mal ganz nice. Sieht man nicht so oft. Und Daniel, ich bin jetzt schon richtig gespannt, wie die Dinger gleich auf dem Tray sich fahren. Das ist auf Trail, würde ich jetzt sagen. So wie das auf Boost ungefähr. Könnte ja hinkommen, 35 Newtonmeter. Ja, so ungefähr. Daniel, die Faune Sau hat sich für den ersten Appel direkt mal das neue Lewo SL genommen. Auf drei fahren wir los. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah krass. Ich würde sagen, da tut sich nichts. Okay, let's go. Yeah. Ich würde sagen, da kommt die Höhe wieder. Ich würde sagen, da steht noch ein paar Lieder. Ich würde sagen, da ist auch ein paar. Genau. Soll ich etwas wieder? Ich würde sagen, da ist einfach nichts zu tun. Dann gibt es jetzt noch ein paar completely, oder? Ich würde sagen, dass es auch ein paar. das ist geil, das ist geil das Rad ja, jetzt nehmt der Apfel, komm runter bis jetzt habe ich auch das Mallet gar nicht negativ bemerkt nee, das ist nämlich immer mein größter Knackpunkt bei Mallet-Bikes die meisten Mallets sind selber geschehen sicher nicht so frei nee zwei, eins, go das ist anstrengender mit dem, ne? ja, und das neue 20er Rad, ne? ja, also Leute, Drehmoment ist bei so langen Apfelts also nicht so stein, sondern eher langsamer, aber nicht lang weil wir fahren ja nicht lang hoch merkt man fast gar nicht den Unterschied, ne? ich würde hier sogar sagen, dass das 29er Hinterrad in dem alten hier, wo es sogar ein Vorteil ist ich glaube, wichtiger wäre die Wattzahl, da weiß ich jetzt aber nicht ob die Wattunterstützung auch zugenommen hat nächster Apfel, äh, Downhill ready? ready wo � allá ist alles concerning wo en wo 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 das ist beides geil beides geil es ist tatsächlich ein bisschen verspielter bisschen verspielter und ich habe das gefühl bei den sprüngen noch mal ein ticken leichter in die luft zu gehen als das wobei es trotzdem auch laufrug ist noch ja und trotz des mallets man merke ich jetzt gar nicht negativ beim bergauf fahren ja aber beim bergrunter gar nicht auf jeden fall also das levo und das kennevo hat ja den gleichen motor und das beim kennevo war es viel lauter und das ist halt einfach eine produktionsschwankung kann auch sein ja mit einem zahnrad was mal besser globalisiert wurde und manchmal schlechter was halt mega ist finde ich hier der der tacho der hatte das kennevo ja auch den finde ich schon sehr schön ist das richtig? ja ist richtig ich sehe nichts mehr rechts ja hinterrad versetzen jetzt rechts runter hier die ständigkeit bringt sicherheit genau, genau die stelle so Leute, wir sind zurück am Parkplatz, haben die ersten Runden gedreht geht ja gar nicht das ist ein Therapiehandschuh, damit ich nicht immer ständig die Pommesgabel zeige, kann man nur noch so machen wir sind zurück am Parkplatz, haben die Hopperrampe aufgebaut bin sehr gespannt, bin das Ding ja noch nie mit dem Thomas gefahren, seitdem er es hat ähm, ich sag jetzt mal noch nicht so viel zum neuen DWSL, aber es ist schon ganz nett so das ist lame wir nehmen auf jeden Fall euch jetzt mit, suchen uns einen Spot, wo wir ein bisschen noch springen können oh yo 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 Das ist schon der Punkt im Basic-Kurs, wo die Leute so ein bisschen Angst bekommen. So Leute, wir sind am Ende des Videos angelangt. Yes! Müllabfuhr ist da! Levo SL, welches Jahr ist das eigentlich? Von letztes Jahr. Jetzt ist es vorletztes Jahr. 2022 kann man sich eigentlich gut merken. 2022 und 2023, das kam ja letztes Jahr, das Schmuckstück. Unser ehrliches Feedback mit ganz viel Gefühl, wie ihr das kennt von uns. Also ihr wisst ja, ich bin ein riesen Fan vom Levo. Und das ist auch nach wie vor so. Wir fangen mal an mit einem ersten Punkt, der Apple. Da war ich sehr, sehr überrascht, dass der Apple einfach mit dem alten Levo irgendwie einfacher war. Mag jetzt an dem Mallet liegen, vielleicht auch an den Laufbrädern, ich hab keine Ahnung. Also eigentlich, so wie es halt beworben wird, ne? 15 Newtonmeter mehr, denkst du erstmal? Ja, du denkst erstmal, du hättest viel mehr Power. Das kommt aber gar nicht so sehr rüber. Allerdings, wenn du jetzt im Turbo hoch fährst, dann bist du zwar nicht unbedingt schneller oben, allerdings mit weniger Anstrengung, würde ich sagen. Wenn du gemütlich fährst, also nicht so eine hohe Trittfrequenz. Am Highspeed merkt man keinen Unterschied. Ne, am Highspeed merkt man wirklich gar keinen Unterschied. Auf dem Trail, würde ich tatsächlich sagen, hat das so ein bisschen mehr Verspieltheit. Aber gleichzeitig, finde ich, so das Fahrwerk war so ein bisschen irgendwie, hat mich ein bisschen an das Cinevo erinnert. War nochmal ein Ticken weicher, auf jeden Fall. Wobei, ich weiß noch, wo das Levo den anderen Dämpfer drin hatte. Ja. Da war das auch nochmal weicher, mehr Sofa-Feeling. Ja, genau. Jetzt haben wir natürlich in dem Levo, was wir da haben, auch die Hammer-Ausstattung drin. Aber uns geht es ja eher so ums Handling an sich, um die Geo. Und da waren wir beide erstaunt, dass das Rad kürzer geworden ist. Also nicht im Radstand, sondern im Reach. Ich muss sagen, ich finde beide Bikes mega geil. Ich mag immer gerne neue Sachen. Deswegen feiere ich auch das neue Levo SL mega. Es war echt cool, das mal fahren zu dürfen. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Björn, ich gebe dir die E-Mail-Adresse, kannst du Angebot rausschicken. Also ich bin wirklich Fan. Die letzten Sprünge hier auf der Hopperrampe, wollte ich das gar nicht mehr hergeben. Bin ich die ganze Zeit jetzt gefahren und hat echt, echt Bock gemacht. Dein Feedback? Mein Feedback ist, sagen wir mal so, ich bring es mal auf den Punkt. Ich bin ja immer so ein pragmatischer Mensch. Das nehmen wir mal an. Ich will mir so ein Fahrrad kaufen, weil deswegen gucken ja viele solche Testvideos. Das sage ich jetzt mal so. Da werde ich ganz ehrlich, wenn ich bei Upwave für 6.000, 7.000 volle Hütte das alte kriegen kann, mit wenig Kilometern, also wenig heißt unter 2.000 Kilometern, würde ich tendenziell tatsächlich zu dem alten Levo SL gehen. Wenn ihr sowieso Bike Leasing machen wollt, dann, ey Leute, das Neue. Und was ganz wichtig ist, was ich gemerkt habe, was mir total gefällt, es ist eine GX-Schaltung dran und auch die Fahrwerkskomponenten, die sind jetzt nicht die geilsten, aber die funktionieren. Und vor allen Dingen funktionieren sie als Ein-Bike-für-alles. Also ich kann mir vorstellen, ich werde ja damit auch noch im Park fahren und ich glaube, dass das Bike durchaus Potenz hat, ein Ein-für-alles-Bike zu sein. Ich glaube auch. Also das muss man halt ganz klar sagen, wenn ihr natürlich das Geld in Hand nehmen müsst und nicht liest, dann müsste man sich ernsthaft über ein gebrauchtes Rad Gedanken machen, weil das Levo SL ist jetzt kein schlechtes Bike. Also es war alles Jammerner vom Niveau. Also was ich gemerkt habe, ist auch natürlich der Laufradsatz. Der macht auch nochmal einen Riesenunterschied. Also das Levo SL, das alte, geht viel besser bergauf. Allerdings muss ich auch sagen, um mal was Negatives anzumerken. Ey, Mahler hat seinen Job gemacht. Der Motor ist krass leiser. Der Motor ist wirklich nicht so ein bisschen leiser, sondern wirklich sehr, sehr viel leiser. Also der ist jetzt in der Turbostufe, so laut wie er in dem alten SL in der kleinsten Stufe ist. Ja, im Meko. Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, was mir natürlich total gefallen hat, dass man mal Mallet gefahren ist und es gar nicht merkt. Also ich fand das sehr verspieltes Rad und es ist trotzdem sehr spurtreu geblieben, laufruhig. Jetzt sind wir heute natürlich nicht so viel gefahren. Es ist ja auch bitter, bitter, bitter kalt mal wieder. Aber ich finde, es ist einfach ein geiles Bike, muss man sagen. Aber beim Fazit werde ich gleich noch was sagen. Ich hoffe, bis dahin hat der Björn abgeschaltet. Ja, also ziemlich ähnliche Meinung, würde ich sagen, haben wir. Ich bin auch von dem, ihr wisst ja alle, Mallet ist, bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan von. Habe ich bei dem Rad jetzt gar nicht gemerkt und das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, mein Fazit, wie ist das jetzt? Also ich bin immer jemand, der schon auch sehr aufs Geld guckt und ich würde, glaube ich, lieber ein günstigeres, also die neuen Features, dass der Motor leiser ist, dass man jetzt Mallet fahren kann, das Display, das sind jetzt für mich Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt brauchen würde. Würde ich jetzt gerne das Bike als nächstes nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also würde ich jetzt eins zu eins so mitnehmen, bin ich mega zufrieden mit gewesen und bis auf den Lenker, den Lenker würde ich natürlich mitnehmen und das Casting der Gabel würde ich natürlich dann auch silber machen. Nee, aber also das ist echt ein ganz, ganz schwerer Vergleich, finde ich, weil beides Bikes finde ich einfach mega geil, machen mir mega Spaß für Trails, für Park. Also ich bin ja auch, wir sind ja das Cinevo gegen das Levo SL im Park gefahren und das Bike macht auch alles mit, auch wenn ich das nicht darf. Genau, wenn ich mein Fazit vor, ich sehe das so ein bisschen zwischen dem Cinevo SL und dem alten Levo SL, sehe ich dieses Levo. Also mein Fazit ist da ganz ähnlich. Man muss wissen, was man haben will. Was man auch vielleicht mal ansprechen sollte, die Hersteller gehen zu schlichteren Lackiermethoden, weil das alte hat natürlich einen Candylack. Man sieht das Carbon-Durchschirm, da stehe ich voll drauf, aber das ist halt alles sehr aufwendig und deswegen einfach normaler Lack drauf. Aber die Farbe ist ja immer rein subjektiv, die einen feiern es, die anderen sagen, äh, warst du mit dem Fazit fertig oder? Ich würde sagen, ich bin fertig, ich kann mich da, also ich finde auch genau das, als du das Fahrrad herausgeholt hast, habe ich gesagt, hey, das Oberrohr, das erinnert mich irgendwie ans Cinevo. Und ich muss auch sagen, das ist so ein, wie so ein Mini-Cinevo SL. Also für mich ist das, dass, wenn du nur ein Bike kaufen kannst und willst da ein neues Leasen, dann würde ich auch das nehmen. Und auch ruhig in der Comp-Edition, da kann man sich lieber bei einem Farbex-Tuner in die Gabel eine andere Kartusche machen lassen. Also die Teile sind eigentlich alle, die an dem Bike sind, okay, ich würde einen kürzeren Vorbau fahren, aber sonst sind die Teile, die an dem Bike sind, einfach direkt ready to have fun. Was ich allerdings sagen muss, und da möchte ich dann quasi schon ein bisschen vorgreifen für die Zuschauer, die natürlich brav hier die Glocke, die Dings da aktiviert haben und so. Es kommt am Stevens nicht vorbei. Das ist der Daniel allerdings noch nicht. Noch nicht gefahren, ne? Noch nicht gefahren. Schreibt vielleicht mal in die Kommentare, ob ihr den Vergleich Stevens gegen das SL von Daniel auch mal gerne sehen wollt. Dann würde ich den Daniel natürlich allerdings in mein Hoheitsgebiet einladen und wir fahren im Bikepark, wie heißt der? O-E. O-E, ja. Genau, Ö. Im Bikepark Ö. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es nichts zu sagen. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen mit dem kleinen Feedback. Vielleicht steht der ja gerade auch irgendwie vor einer Kaufentscheidung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich muss jetzt losarbeiten gehen, Thomas. Der weiß doch gar nicht, was Arbeiten ist. Genauso wie ich. Wir stehen in der Woche einfach im Wald rum. Und reden mit der Kamera. Und reden mit der Kamera. Die Leute gehen schon immer hinter der Kamera vorbei und gucken uns ruhig an. Okay. Ja. Ciao. Ich hoffe, ich werde nochmal auf den Videos von Daniel auftauchen, weil hier könnt ihr mich dann ja auch kommentieren. Genau. Haut rein. Ciao, ciao. Kamera, Hopperrampe. Der Thomas wieder faul, nimmt nur die Hopperrampe. Unglaublich, ey. Ja, Leute, ich kann es euch sagen. Arbeitet nicht mit dem Thomas zusammen. Das ist einfach nur anstrengend, immer. So, ich nehme jetzt hier. Wie mache ich das denn jetzt hier? Hätte sie direkt gesagt. Ja, das ist also quasi eine Arbeitslose. Also wie so, Oma, Oma, könntest du mir für das Kiosk einen Mark geben? Reich wird man nur, wenn man kein Geld ausjibt. Was? Okay. Bis dann nach вам.